Der Nächste, bitte. Frau Konjunktur. Na, wie geht's uns denn heute? Schlecht. Also, mit mir geht's immer bergauf und bergab und wieder rauf und runter. Also, um Sie erst mal zu beruhigen. Es ist ganz normal, dass zyklische Schwankungen auftreten. Das kann immer mal sein. Wo genau liegen denn die Beschwerden? Ja, ich leide unter depressiven Stimmungen. Also, manchmal ist es die Produktion und zu viel und zu wenig und dann wieder die Beschäftigung. Teilweise mache ich nur noch Kurzarbeit. Ach, und Gott, der Zinssatz. Wie ist denn mit der Nachfrage? Geht zurück. Ach, und haben Sie mal die Preise gemessen? Ja, sind erhöht. Oh, na, Frau Konjunktur. Dann schwingen Sie mal ab. Ich werfe mal einen Blick drüber. Mhm, aber Abschwung klappt erst mal ganz normal. Aha. Da ist der Haken. Mhm. 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 Ja.